Hallo, ich bin Silvia. Ich arbeite im Hotel Winzer. Ich mache eine Lehre als Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Und mir gefällt die Arbeit viel, weil es sehr abwechslungsreich ist und weil es ein Familienbetrieb ist, wo ich mich sehr wohl fühle. Und mir gefällt es auch sehr, mit den Gästen zusammen zu arbeiten. Und nach der Arbeit entspanne ich mich am liebsten in unseren Rassagesessel in den Spalterberg.